Kapitel 2 Doch im Anfang gewann er keine Aufmerksamkeit für andere Dinge als für das Essen. Er schlang gierig alles hinunter, was Pinas ihm darreichte, und mochte kaum von einer Zeit zur anderen warten. Dabei überlud er sich den Magen und musste wirklich auf das Dach gehen, um dort von den grünen Gräsern abzureißen und sich von allerhand unwohl sein zu kurieren. Als der Meister diesen Heißhunger bemerkte, freute er sich und dachte, das Kätzchen würde solcherweise recht bald fett werden. Und je besser er daran wendet, desto klüger verfahre und spare er im Ganzen. Er baute da für Spiegel eine ordentliche Landschaft in seiner Stube, indem er ein Wäldchen von Tannenbäumchen aufstellte, kleine Hügel von Steinen und Moos errichtete und einen kleinen See anlegte. Auf die Bäumchen setzte er duftig gebratene Lärchen, Finken, Meisen und Sperlinge, je nach der Jahreszeit, sodass da Spiegel immer etwas herunterzuholen und zu knabbern vorfand. In die kleinen Berge versteckte er in künstlichen Mauslöchern herrliche Mäuse, welche er sorgfältig mit Weizenmehl gemästet, dann ausgeweidet, mit zarten Speckriemchen gespickt und gebraten hatte. Einige dieser Mäuse konnte Spiegel mit der Hand hervorholen, andere waren zur Erhöhung des Vergnügens tiefer verborgen, aber einen Faden gebunden, an welchem Spiegel sie behutsam hervorziehen musste, wenn er diese Lustbarkeit einer nachgeahmten Jagd genießen wollte. Das Becken des Sees aber füllte Pineis alle Tage mit frischer Milch, damit Spiegel in dem süßen Drang seinen Durstlösch und dies gebratene Gründlinge darin schwimmen, da er wusste, dass Katzen zuweilen auch die Fischerei lieben. Aber da nun Spiegel ein so herrliches Leben führte, tun und lassen, essen und trinken konnte, was ihm beliebte und wann es ihm einfiel, so gediehe er allerdings zusehends an seinem Leibe. Sein Pelz wurde wieder glatt und glänzend und sein Auge munter. Aber zugleich nahm er, da sich seine Geisteskräfte in gleichem Maße wieder ansammelten, bessere Sitten an. Die wilde Gier legte sich, und weil er jetzt eine traurige Erfahrung hinter sich hatte, so wurde er nun klüger als je zuvor. Er mäßigte sich in seinen Gelüsten und fraß nicht mehr, als ihm zuträglich war, indem er zugleich wieder vernünftigen und tiefsinnigen Betrachtungen nachging und die Dinge wieder durchschaute. So holte er eines Tages einen hübschen Krametsvogel von den Ästen herunter, und als er denselben nachdenklich zerlegte, fand er dessen kleinen Magen ganz kugelrund angefüllt mit frischer, unversehrter Speise. Grüne Kräutchen, artig zusammengerollt, schwarze und weiße Samenkörner und eine glänzend-rote Beere waren da so niedlich ineinander gepfropft, als ob ein Mütterchen für ihren Sohn das Rännchen zur Reise gepackt hätte. Als Spiegel den Vogel langsam verzehrt und das so vergnüglich gefühlte Mäklein an seine Klaue hing und philosophisch betrachtete, rührte ihn das Schicksal des armen Vogels, welcher nach so friedlich verbrachten Geschäfte so schnell sein Leben lassen gemußt, dass er nicht einmal die eingepackten Sachen verdauen konnte. »Was hat er nun davon gehabt, der arme Kerl?« sagte Spiegel, »dass er sich so fleißig und eifrig genährt hat, dass dies kleine Säckchen aussieht wie ein wohlvollbrachtes Tagewerk. Diese rote Beere ist es, die ihn aus dem freien Walde in die Schlinge des Vogelstellers gelockt hat. Aber er dachte doch, seine Sache noch besser zu machen und sein Leben an solchen Beeren zu fristen, während ich, der ich soeben den unglücklichen Vogel gegessen, daran mich nur um einen Schritt näher zum Tode gegessen habe. Kann man einen elenderen und feigeren Vertrag abschließen, als sein Leben noch ein Weilchen fristen zu lassen, um es dann um diesen Preis doch zu verlieren? Wäre nicht ein freiwilliger und schneller Tod vorzuziehen gewesen? Aber ich habe keine Gedanken gehabt, und da ich nun wieder welche habe, sehe ich nichts vor mir als das Schicksal dieses Krametzvogels. Wenn ich rund genug bin, so muss ich von hinnen, aus keinem anderen Grunde als, weil ich rund bin. Ein schöner Grund für einen lebenslustigen und gedankenreichen Katzmann. Ach, könnte ich aus dieser Schlinge kommen!« Er vertiefte sich nun in vielfältige Grübeleien, wie das gelingen möchte, aber da die Zeit der Gefahr noch nicht da war, so wurde es ihm nicht klar und er fand keinen Ausweg. Aber als ein kluger Mann ergab er sich bis dahin der Tugend und der Selbstbeherrschung, welches immer die beste Vorschule und Zeitverwendung ist, bis sich etwas entscheiden soll. Er verschmähte das weiche Kissen, welches ihm Pineis zurechtgelegt hatte, damit er fleißig darauf schlafen und fett werden sollte, und zog es vor, wieder auf schmalen Gesimsen und hohen gefährlichen Stellen zu liegen, wenn er ruhen wollte. Ebenso verschmähte er die gebratenen Vögel und die gespickten Mäuse und fing sich lieber auf den Dächern, da er nun wieder einen rechtmäßigen Jagdgrund hatte, mit List und Gewandtheit einen schlichten lebendigen Sperrling und auf den Speichern eine flinke Maus, und solche Beute schmeckte ihm vortrefflicher als das gebratene Wild in Pineisens künstlichem Gehege, während sie ihn nicht zu fett machte. Auch die Bewegung und Tapferkeit sowie der wiedererlangte Gebrauch der Tugend und Philosophie verhinderten ein zu schnelles Fitwerden, sodass Spiegel zwar gesund und glänzend aussah, aber zu Pineisens Verwunderung auf einer gewissen Stufe der Beleibtheit stehen blieb, welche lange nicht das erreichte, was der Hexenmeister mit seiner freundlichen Mästung bezweckte. Denn dieser stellte sich darunter ein kugelrundes, schwerfälliges Tier vor, welches sich nicht vom Ruhekissen bewegte und aus Eitels Schmär bestand. Aber hierin hatte sich seine Hexerei eben geirrt, und er wusste bei aller Schlauheit nicht, dass wenn man einen Esel füttert, derselbe ein Esel bleibt, wenn man aber einen Fuchsen speiset, derselbe nichts anderes wird als ein Fuchs, denn jede Kreatur wächst sich nach ihrer Weise aus. Als der Pineis entdeckte, wie Spiegel immer auf demselben Punkte einer wohlgenährten, aber geschmeidigen und rüstigen Schlankheit stehen blieb, ohne eine erkleckliche Fettigkeit anzusetzen, stellte er ihn eines Abends plötzlich zur Rede und sagte Barsch, »Was ist das, Spiegel? Warum frisstest du die guten Speisen nicht, die ich dir mit so viel Sorgfalt und Kunst präpariere und herstelle? Warum fängst du die gebratenen Vögel nicht auf den Bäumen? Warum suchst du die leckeren Mäuschen nicht in den Berghöhlen?« »Warum fischest du nicht mehr in dem See? Warum fliegst du dich nicht? Warum schläfst du nicht auf dem Kissen? Warum strapazierst du dich und wirst mir nicht fett?« »Ei, Herr Pineis«, sagte Spiegel, »weil es mir wohler ist auf diese Weise, soll ich meine kurze Frist nicht auf die Art verbringen, die mir am angenehmsten ist?« »Wie«, rief Pineis, »du sollst so leben, dass du dick und rund wirst und dich nicht abjagen. Aber ich merke wohl, wo du hinaus willst. Du denkst, mich zu öffen und hinzuhalten, dass ich dich in Ewigkeit in diesem Mittelzustand herumlaufen lasse. Mitnichten soll dir das gelingen. »Es ist deine Pflicht zu essen und zu trinken und dich zu pflegen, auf dass du dick werdest und Schmier bekommst. Auf der Stelle entsage daher dieser hinterlistigen und kontraktwidrigen Mäßigkeit, oder ich werde ein Wörtlein mit dir sprechen.« Spiegel unterbrach sein behagliches Spinnen, das er angefangen, um seine Fassung zu behaupten, und sagte, »Ich weiß kein Stabenswörtchen davon, das in dem Kontrakt steht, ich solle der Mäßigkeit und einem gesunden Lebenswandel entsagen. Wenn der Herr Stadthexenmeister darauf gerechnet hat, dass ich ein fauler Schlemmer sei, so ist das nicht meine Schuld. Ihr tut tausend rechtliche Dinge des Tages, so lasst es dieses auch noch hinzukommen und uns beide hübsch in der Ordnung bleiben. Denn ihr wisst ja wohl, dass euch mein Schmier nur nützlich ist, wenn er auf rechtliche Weise erwachsen.« »Ehm Schwätzer«, rief Pinas Erbus, »willst du mich belehren? Sag her, wie weit bist du denn eigentlich gediehen, du Müßiggänger? Vielleicht kann man dich doch bald abtun.« Er griff dem Kätzchen an den Bauch, allein dieses fühlte sich dadurch unangenehm gekitzelt und hieb dem Hexenmeister einen scharfen Kratz über die Hand. Diesen betrachtete Pinas aufmerksam, dann sprach er, »Stehen wir so miteinander, du Bestie?« »Bland, so erkläre ich dich hiermit feierlich, Kraft des Vertrages, für fett genug. Ich begnüge mich mit dem Ergebnis und werde mich desselben zu versichern wissen. In fünf Tagen ist der Mond voll, und bis dahin magst du dich noch deines Lebens erfreuen, wie es geschrieben steht, und nicht eine Minute länger.« Damit kehrte er ihm den Rücken und überließ ihn seinen Gedanken. Diese waren jetzt sehr bedenklich und düster, so war denn die Stunde doch nahe, wo der gute Spiegel seine Haut lassen sollte, und war mit aller Klugheit gar nichts mehr zu machen. Seufzend stieg er auf das hohe Dach, in dessen Fürste dunkel in den schönen Herbst-Abendhimmel emporragten. Da ging der Mond über der Stadt auf und warf seinen Schein auf die schwarzen, bemoosten Hohlziegel des alten Daches. Ein lieblicher Gesang tönte in Spiegels Ohren, und eine schneeweiße Kätzin wandelte glänzend über einen benachbarten Fürst hinweg. Sogleich vergaß Spiegel die Todesaussichten, in welchen er lebte, und erwiderte mit seinem schönsten Kater Liede den Lobgesang der Schönen. Er eilte ihr entgegen und war bald im hitzigen Gefecht mit drei fremden Katern begriffen, die er mutig und wild in die Flucht schlug. Dann machte er der Dame feurig und ergeben den Hof und brachte Tag und Nacht bei ihr zu, ohne an den Pienais zu denken oder im Hause sich sehen zu lassen. Er sang wie einen Nachtigall die schönen Mondnächte hindurch, jagte hinter der weißen Geliebten hier über die Dächer durch die Gärten und rollte mehr als einmal im heftigen Minnespiel oder im Kampfe mit den Rivalen über hohe Dächer hinunter und fiel auf die Straße, aber nur um sich aufzuraffen, das Feld zu schütteln und die wilde Jagd seiner Leidenschaften von Neuem anzuheben. Stille und laute Stunden, süße Gefühle und zorniger Streit, anmutiges Zwiegespräch, witziger Gedankenaustausch, Ränke und Schwenke der Liebe und Eifersucht, Liebkusungen und Raufereien, die Gewalt des Glückes und die Leiden des Unsternes ließen den verliebten Spiegel nicht zu sich selbst kommen, und als die Scheibe des Mondes voll geworden, war er von allen diesen Aufregungen und Leidenschaften so heruntergekommen, dass jämmerlicher, magerer und zerzauster aussah als je. Im selben Augenblicke rief ihn Pinais aus seinem Dachtürmchen, »Spiegelchen, Spiegelchen, wo bist du? Komm doch ein bisschen nach Hause!« Da schied Spiegel von der weißen Freundin, welche zufrieden und kühl miauend ihrer Wege ging, und wandte sich stolz seinem Henker zu. Dieser stieg in die Küche hinunter, raschelte mit dem Kontrakt und sagte, »Komm, Spiegelchen, komm, Spiegelchen!« Und Spiegel folgte ihm und setzte sich in der Hexenküche trotzig vor den Meister hin, in all seiner Magerkeit und Zerzaustheit. Als Herr Pinais erblickte, wie er so schmählich um seinen Gewinn gebracht war, sprang er wie besessen in die Höhe und schrie wütend, »Was sehe ich, du Schellen, du gewissenloser Spitzbube, was hast du mir angetan?« Außer sich vor Zorn griff er nach einem Besen und wollte Spiegel anschlagen, aber dieser krümmte den schwarzen Rücken, ließ die Haare emporstarren, dass ein fahler Schein darüber knisterte, legte die Ohren zurück, brustete und funkelte den Alten so grimmig an, dass dieser, voll Furcht und Entsetzen, drei Schritte zurücksprang. Er begann zu fürchten, dass er einen Hexenmeister vor sich habe, welcher ihn foppe und mehr könne als er selbst. Ungewiss und kleinlaut sagte er, »Ist der ehrsame Herr Spiegel vielleicht vom Handwerk?« Sollte ein gelehrter Zaubermeister beliebt haben, sich in derer äußere Gestalt zu verkleiden, da er nach Gefallen über sein leibliches Gebieten und genauso beleibt werden kann, als es ihm angenehm düngt, nicht zu wenig und nicht zu viel oder unversehen zu mager wird wie ein Gerippe, um dem Tode zu entschlüpfen?« Spiegel beruhigte sich wieder und sprach ehrlich, »Nein, ich bin kein Zauberer, es ist allein die süße Gewalt der Leidenschaft, welche mich so heruntergebracht und zu meinem Vergnügen euer Fett dahingenommen hat. Wenn wir übrigens jetzt unser Geschäft von Neuem beginnen wollen, so will ich tapfer dabei sein und dreinbeißen. Setz mir nur eine recht schöne und große Bratwurst vor, denn ich bin ganz erschöpft und hungrig.« Da packte Pinais den Spiegel wütend am Kragen, sperrte ihn in den Gänsestall, der immer leer war, und schrieb, »Da, sieh zu, ob dir deine süße Gewalt der Leidenschaft noch einmal heraushilft und ob sie stärker ist als die Gewalt der Hexerei und meines rechtlichen Vertrages. Jetzt heißt es, Vogel friss und stirb!« Sogleich briete eine lange Wurst, die so lecker duftete, dass er sich nicht enthalten konnte, selbst ein bisschen an beiden Zipfeln zu schlecken, ehe er sie durch das Gitter hindurchsteckte. Spiegel fraß sie von vorn bis hinten auf, und indem er sich behaglich den Schnurrbart putzte und den Pelz leckte, sagte er zu sich selber, »Meiner Seele, es ist doch eine schöne Sache um die Liebe, die hat mich für diesmal wieder aus der Schlinge gezogen. Jetzt will ich mich ein wenig ausruhen und trachten, dass ich durch Beschaulichkeit und gute Nahrung wieder zu vernünftigen Gedanken komme.« Alles hat seine Zeit, heute ein bisschen Leidenschaft, morgen ein wenig Besonnenheit und Ruhe, ist jedes in seiner Weise gut. Dies Gefängnis ist gar nicht zu übel, und es lässt sich gewiss etwas Ersprießliches darin ausdenken. Pines aber nahm sich nun zusammen und bereitete alle Tage mit aller seiner Kunst solche Leckerbissen und in solch reizende Abwechslung und Zuträglichkeit, dass der gefangene Spiegel denselben nicht widerstehen konnte. Denn Pinesens Vorrat an freiwilligem und rechtmäßigem Katzenschmier nahm alle Tage mehr ab und drohte nächstens ganz auszugehen, und dann war der Hexer ohne dieses Hauptmittel ein geschlagener Mann. Aber der gute Hexenmeister nährte mit dem Leibe Spiegels dessen Geist immer wieder mit, und es war durchaus nicht von dieser unbequemen Zutat loszukommen, weshalb auch seine Hexerei sich hier als lückenhaft erwies.